Es ist August und zwar der dritte. Hallo und herzlich willkommen zur Live-Ziebung der Lottozahlen aus Saarbrücken. Dass August ist, könnte man ja auch fast vergessen, bei den Wetterberichten Land auf und Land ab. Tja, das Wetter lässt zu wünschen übrig. Lotto allerdings, da läuft es ganz wunderbar. Wir haben zwei geknackte Jackpots, dazu gleich mehr. Sie merken also, Fortuna lässt sich die Laune nicht verderben. Wir natürlich auch nicht. Wir haben ja im Studio schon die Kugeln und Geräte ordnungsgemäß überprüft, sind bereit für die neue Runde. Ich hoffe, Sie auch. Viel Glück und los geht's. Der Schicksal hat es gut gemeint mit einem einzelnen Tipper aus Nordrhein-Westfalen. Denn er hat tatsächlich mit seinem Super-Sechser am Samstag 28,9 Millionen Euro abgeräumt. Das war der zweithöchste Jackpot in diesem Jahr. Und hier kommt Lottozahl Nummer 1, die 34. Und da fragen Sie sich vielleicht, welches war denn der höchste Jackpot im Jahr 2016? Der lag bei 37 Millionen Euro und die gingen auch nach Nordrhein-Westfalen. Und hier zu uns kommt Gewinnzahl Nummer 2, die 26. Und dann gab es noch drei Tipper am Samstag, die so haarscharf am Super-Sechser vorbeigeschrammt sind. Aber ich denke, 700.000 Euro für einen Sechser kann sich auch sehen lassen. Die dritte Glückskugel ist die 42. Stichwort Euro-Jackpot. Sie erinnern sich an den rekordverdächtigen Jackpot von 84,8 Millionen Euro vorletzten Freitag. Und die sind mittlerweile auf ein Konto in Hessen überwiesen worden. 43. Die nächste Gewinnzahl. Dann schauen wir noch zum Spiel 77. Da gab es drei Volltreffer mit der wunderbaren Gewinnsumme von 777.777 Euro, die nach Hessen und Schleswig-Holstein gehen. 21, unsere vorletzte Gewinnzahl. Mein Motto ist immer, wenn es schon regnen muss, dann am besten ein Geldregen. Da kann man wenigstens was mit anfangen. Tja, wenn es bei Ihnen mit dem Geldregen klappen sollte, dann brauchen Sie zu den fünf genannten auch noch diese Zahl. Die 15, das ist unsere letzte Glückszahl. Und das sind jetzt alle neuen Glückskugeln im Mittwochs-Lotto. Und jetzt geht es natürlich um die, die Sie zum Millionär machen kann. Das ist nur die eine, die Superzahl. Also Ziehung frei! Ich hatte es bereits erwähnt, der Jackpot ist geknackt. Und deshalb fangen wir jetzt wieder neu an. Runde 1 mit einer Million. Gesamt in unserer Ausspielung haben wir 11 Millionen Euro. Und als Superzahl bräuchten Sie heute, um Millionär zu werden, eine 6. Und hier haben Sie alle Zahlen nochmal in der Übersicht. Die 15, 21, 26, 34, 42, 43. Die Superzahl ist 6. Und bei den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien, die wir schon im Vorfeld ermitteln, sieht es folgendermaßen aus. Hier kommen Sie. Spiel 77 hat die Gewinnzahl 5, 9, 1, 5, 6, 1, 4. Und Super 6, 2, 0, 5, 0, 0, 3. Na, prasselt schon der Geldregen auf Sie? Sie können es nochmal nachschauen auf Lotto.de, ob Sie mit Ihrem Tipp richtig lagen. Oder Sie schauen sich die ganze Ziehungssendung an auf YouTube. Oder Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein zur nächsten Live-Ziehung am Samstag um 19.25 Uhr. Da stehe ich wieder hier im Lotto-Studio für Sie parat. Bis dann, machen Sie es gut, kommen Sie schön durch die Woche. Und tschüss. Tschüss.